Ich kann auch keinen Handstand und sowas. Das macht nichts. Du bist in professionellen Händen. Noch ein großes Dankeschön an Flickflagge an der Stelle. Ohne die das hier nicht möglich wäre. So. Okay, durchatmen. Und los geht's. Oh Gott, nein. Oh Gott, das ist ja total merkwürdig. Okay, bist du bereit? Also, erste Frage, was ist der längste Fluss der Welt? Äh, äh, der Nil. Sehr gut. Summe uns den Let's Dance Jingle. Äh, ähm, äh, oh Gott, warte mal. Den Let's Dance Jingle. Ähm, oh Mann. Oh Mann, warte, warte, warte. Bekriegst du? Oh, meine Kinder lieben es. Warte mal. Ganz kurz. Ich höre Günther ja auch im Hintergrund. Warte, gib mir eine Sekunde. Ähm. Gib mir mal den Anfang. Dann summe ich weiter. Sehr gut. Nenne mindestens einen Pokémon. Oh Gott, das... Keine Ahnung. Ein Pokémon? Nils, Uwe, Ura, Pascal, Klaus... Das ist die neue Generation. Sky, Dumont. Ich weiß es nicht. Das ist die neue Generation. Von welchem Lebensmittel will Scooter, Frontmann, HP Baxter unbedingt den Preis wissen? Sehr gut. Das ist meine Generation. Ähm, was bedeutet das lateinische Carpe Diem? Äh, äh, nutze den Tag. Wie viele Zähne hat ein deutscher Kronkorken? Ein deutscher Kronkorken? Äh, acht? Ein bisschen mehr. Äh, zwölf? Noch ein bisschen mehr? Fünfhundert? Keine Ahnung. Fünfhundert. Okay, letzte Frage. Was ist ein Kronkorken? Ist das was auf ein Bier? Auf ein Bier? Magst du kein Bier? Ich trinke kein Bier, ne. Was? Okay. Sorry. Okay. Ähm. Ich trinke natürlich nur Smoothies aus Spinat und Algen. Nenne mindestens ein Kölsches Grundgesetz noch. Ein Kölsches Grundgesetz? Äh, äh, ähm. Wollen wir reinlassen? Ich glaube... Fasselnacht. Ich weiß es nicht. Äh, äh, äh. Was muss? Das muss? Nein. Weißt du was? Wir fügen einfach... Wir fügen einfach noch ein paar hinzu und dann lassen wir es gelten. Laura, vielen Dank. Oh mein Gott. So, aber wie? Ernsthaft? Du magst kein Bier? Ich mag... Ich liebe alle Getränke außer Bier. Es tut mir echt leid. Ja. Weil ich hätte gesagt, wir trinken jetzt auf den Schock, den du jetzt gerade durchlebt hast... Du hast doch gesehen, dass ich da ein Rotkäppchensekt hatte, oder? Das ist allerdings richtig. Sie kam hier mit einem kleinen Sekt rein. Hast du dir Mut angetrunken hier? Ich hab mir Mut angetrunken. Also das ist schon... Vor allen Dingen Pokémon und so, das ist natürlich nicht so meins. Pikachu, Glumanda, das sagt dir alles nichts? Das sagt mir gar nichts. Du hast Pikachu noch nie gesehen? Nein, ich bin nicht so Pokémon... Ich bin froh, wenn ein Pokémon... Ist das dieser Maler aus der Renaissance? Dieser Pokémon? Genau. Dieser Franzose, dieser Monet, der Kollege, oder? In der Sixtinischen Kapelle hat er die Fressen gemalt. Genau, der sagt mir was. Dieser Pokémon-nee. Okay. Vielen Dank Laura für deine Zeit. Sehr gut. Dankeschön.